Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ramos World to BVB Und ja, das zweite Spiel, da habe ich halt ein bisschen verspätet aufgenommen Also konnte die Mannschaft nicht mehr sehen, aber es war keine gute Mannschaft Denn wir gingen nach, ich glaube es war diese Situation Ja, nein, das war die Situation, die Ramos verkackt hatte Nach einem leichten Kopfball und ja Und dann kamen wir zu der ersten Situation von dem Gegner Und auch eine schlechte Abschluss Er hatte glaube ich die Rossi vorne im Sturmspiel, den geupgradeten Und ja, dann sehen wir hier mal Mason alleine auf Tor zu laufen Schließt ab und dann folgt daraus ein Eckball, den wir auch noch zeigen werden Und ja, dann sind wir die Wiederholung, schöne Schuss Und ja, Daniels jetzt mit der Flanke nach innen Da steht Ramos, kommt raus zu Okazaki, der nimmt ihn einmal an Und der landet unten rechts im Welt Das war schon die 45 Minuten, Shinji Okazaki traf da zum ersten Mal Und ja, dann war es schon Halbzeit Und in der zweiten Halbzeit beginnt es dann mit Wieder einem Okazaki Schuss, der auch ganz knapp vorbeigehen Das war halt eine richtig schöne Situation, wenn der reingegangen wird Hut ab, Okazaki Dann Kommen wir in die 16 Minuten Totalkämpft, Ramos schön den Ball Und verliert ihn auch wieder, aber wieder zu einem Eckball Und Eckball wieder über Daniels getreten In den Meter auf Davis Und das 2 zu 0 in der 60. Minute Ja Hier seht ihr wieder die Wiederholung Und dann kamen wir zu einer Situation, wo es hinten erstmal ein Getümmel gab von ihm Der dann jetzt Konter über Rossi läuft Da Ein Foul Ich würde es jetzt nicht behaupten, dass es ein Foul war von Clark Aber der Schießrichter bewährt das heißt, der Foul gab ihm die gelbe Karte Und ja Hier Kommt jetzt der Elfmeter von Rossi Carlos geschossen Das war schon in der 1.8 Minute Und ja Dann Geschah auch nicht mehr So viel halt Nur noch die 90 Minuten war spannend Weil da hinten Ein kleines Getümmel war Rossi wollte schießen Clark erkäfte den Ball Und dann war das Spiel auch schon vorbei Das haben wir mit 2 zu 0 gewonnen Jonas Rufmann der beste Spieler im Spiel Und ja Dann heißt es wieder Trepppunkte für den Aufstieg Für die Mannschaft und es ging ins zweite Spiel Der Gegner mit einer Mannschaft die Barster FD mit 6 Goldspielern Und ja es kann euch jetzt schon sagen das wird ein sehr torreiches Spiel obwohl die erste Halbzeit dazu nicht aussah Verfahren ja jetzt über die rechte Seite Ich glaube das ist noch die erste Situation Direkt nach dem Anpfiff von Verfahren Ja Da geht er vorbei Denn jetzt erkämpft ich sie Und dann Denn jetzt Was macht der Oh Gerade so geklärt Jetzt die erste Situation richtig im Spiel Ambrosini Über die linke Seite Aber Clark kann klären Die Ecke die darauf folgt Ist von Dante Nicht ernst Und dann Oh Was eine Situation von unserem Torhüter Sehr gute Reaktion gehabt Und ja jetzt kommt Ramos Ramos schickt Okazaki Aber der ist nicht schnell Hab ich verfahren Aber Dann Denn jetzt Und dann wieder Ramos Ramos schießt drauf Wird auch gewährt Kater Und dann Mason Und dann Forsten Und Hofmann Das Tor 1 zu 0 Nach 20 Minuten Durch Jonas Hofmann Ja Jonas Hofmann Ein sehr gutes Jung Junges Talent Von Dortmund Ich bin natürlich Ich bin Bayern Fan Aber ja So was muss man erkennen Und dann Ramos mit dem 2 zu 0 Gut durchgesetzt 40 Minuten 2 zu 0 Ja Aber Wie der Spielverlauf Heute Gingen wir Glaube ich Nach der Halbzeit Schnell In Rückstand Oder noch Sogar vor der Halbzeit Jetzt nämlich Manzukic Über die rechte Seite Der halt schneller ist Wie Davis Und Müller mit dem Kopf Kurz vor der Halbzeit Das 2 zu 1 Durch Thomas Müller Ähm Ja Da kannst du hier kaum Vorwürfen an meine Abwehr machen Denn ich habe nur eine Ähm Abwehr Die Bronze Spieler hat Und er mit einem ganzen Goldsturm Ja Das ist halt dann Die Sache Da Gingen wir nämlich mit dem 2 zu 1 In die Halbzeit Ähm Auch sehr gut für uns Und dann beginnen wir eigentlich auch Recht gut Mason hier mit einem Ähm Mit einer Sache die gut kommt Aber Ramos Kriegt den Ball nicht richtig Und Okazaki Ja Der war halt noch mal schlecht Naja Dann Kata Auf Okazaki Okazaki zu messen Da verliert den Ball Jetzt Die schnelle Umschaltphase Verfahren Und In der Mitte Thomas Ne Huran Huran Arango Ähm Ja Der Langsamste Spieler Glaube ich Insider Mannschaft Macht Hier Das Tor Und dann Ramos wird langgeschickt Kann sich gegen Alvando Und dann Dieser Schuss Nicht sehr gut von Ramos Aber Naja So Jetzt die Ecke Der kommt Kata An den Ball Nicht Kata Sondern Manzuki Und das 13.2 In der 72. Minute Direkt nach dem Anschluss geht es weiter Für den Gegner Juan Arango Geht an unserem Jonas Hofmann vorbei Ähm Und dann Karni Flanke Perfekt Für Manzuki Der dann das 4-2 Machte Und Valentini Jetzt über die linke Seite Manzuki Das 5-2 Manzuki Ein Kopfballkönig Keine Ahnung Ich weiß nicht wie mal So OP sein kann In vielfällen Mit den Koppeln Und dann jetzt Wieder Valentini Über die linke Seite Geht an Davis vorbei Und in der Mitte steht Wer hat es auch gedacht Manzuki Der das 6-2 Aber dann kommt Kata Nochmal Oder Doch nicht Doch Kata Kommt nochmal In den Ball Und Haut den Ball In den Winkel Das 6-3 In den 89 Minuten Was uns eigentlich Kaum mehr Pass Brachte Aber Na ja Dann traf man So Kis Viermal Und unser Nächster Gegner War Ein Mit Ja Ich weiß Nicht Mehr Aber Glaubt Die Mannschaft War Schlecht Ja Jetzt Könnt ihr Sie auch Sehen Hatte Nämlich Ein Eben Verteidigung Auf der 6 Stehen Das War Natürlich Die Folge Und Jetzt Waisen Ramos Kata Verliert Den Ball Und Ja Die Anfangsphase War Glaube Ich Nicht Der Brüller Wo Wir Glaub Ich Früh Das Tor Machen Ja Ja Ich Glaube Hier Machen Wir Das Ja Er Spiel Den Ball Rüber Auf Schilling Schilling Träubert Irgendwitt aus Da hat es Kurz Bei Dem Gegner Geleckt Im Internet Und Dann Diese Situation Von Kramer 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 Kämpfte Stehen Und Klack Muss Auf Okazaki Passen Und Dann Auch Das Tor Besiegelt Und Danach Brach Unser Gegner Auch Ab Und Ja Hoffentlich Hat Die Folge Gefallen Ich Denke Mal Schon Also Bis Zunächst Mal Haut Rein Euer 5 Burs Janik Und Tschüss Burs 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 Vielen Dank.